Bayern, Barca, Real, Sevilla, Liverpool, Deutschland, Frankreich und Spanien. Sie alle konnten diesen Jahrtausend mindestens einen großen internationalen oder nationalen Titel erringern. Verwundert war darüber wohl niemand. Da wären aber noch Teams für die alleine das Finale zu erreichen eine komplette Sensation war. Im heutigen Video geht es um die vier größten Fußballwunder, die am Ende doch gescheitert sind. Auf Platz 4 aßen Monaco 2004. Diese Saison 2004 war besonders spektakulär, da beide Finalteilnehmer absolute Underdogs waren. Monaco hatte den weit schwereren Finalweg als Porto. Die Franzosen räumten Lokomotive Moskau, Real Madrid und den FC Chelsea in der K.O.-Runde der Champions League aus dem Weg. Für die Portugiesen ging es gegen Manchester United, UL und Deportivo La Corona. Das Finale in Gelsenkirchen war eine klare Angelegenheit für Mourinhos Truppe. Mitspieler wie Riccardo Cavallo, Mancini, Costinha, Deco und Paulo Verera war man individuell einfach besser aufgestellt als die Männer aus dem Fürstenturm Monaco. Am Ende verlor Monaco 3 zu 0 im großen Finale gegen den FC Porto und das Wunder wurde leider nicht perfekt gemacht. Auf Platz 3 Borussia Dortmund 2013. Der Traum eines jeden Bundesliga-Fan ist ein deutsches Champions League-Finale und es war ein echt denkwürdiges Endspiel. Indem es hin und her ging, Mandzukic besorgte die Münchner Führung und Gündogan glich für Schwarz-Gelb aus. Und dann kam Arjen Robben in der 89. Spielminute und wir wissen alle, was am Ende passiert ist. Lüberi, Robben, 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 das ist das Tor, ausgerechnet Robben. 2 zu 1 für die Bayern. Borussia Dortmund und Jürgen Klopp scheiterten ausgerechnet im großen Champions League-Finale gegen den Erzrivalen aufs München. Auf dem Weg nach Wembley hatte der BVB beeindruckend Real Madrid und Manchester City in der Gruppe hinter sich gelassen. Und dann Real Madrid im Halbfinale gleich noch einmal gedemütigt mit dem bekannten heutigen Weltfußballer Robert Lewandowski. Auf Platz 2, Kroatien 2018. Was für die Deutschen eine Katastrophe war, war für die Kroaten eine einzige Party. Die WM 2018. Am Ende fehlte den Kroaten im Finale gegen die Franzosen ein bisschen Glück und einen guten Schiedsrichter. Weil ganz ehrlich, zwei Tore dürften meiner Meinung nach gar nicht gezählt werden oder wurden durch sehr ekelhafte Weise erzielt. Zum Beispiel war das eine Schwalbe von Griezmann bei diesem einen Freistoß, den sie bekommen haben. Und dieser Elfmeter war meiner Meinung nach absolut kein Elfmeter. Wenn man guckt, wo Ivan Perisic hinguckt und wie natürlich eigentlich die Handbewegung war. Aber ja, trotzdem haben das die Kroaten leider nicht geschafft. Aber trotzdem, Kroatien hat das geschafft, was viele niemals bis auf ich erwartet habe. Am Ende, ja, gab es trotzdem ein Trostpflaster mit Luka Modric. Er wurde das allererste Mal Weltfußballer und war auch der allererste Kroate, der das geschafft hat. Auf Platz 1, FK Nupro 2015. Es war eine absolute Sensation und zwischenzeitlich schien das Wunder machbar. Als Ruslan Rotan den Ball kurz vor der Halbzeitpause zum 2 zu 2 über die Mauer schlenzte, glaubte wohl auch der größte Skeptiker, dass heute vielleicht Geschichte geschrieben wird. Diese Hoffnung zerstörte Carlos Barker, der in der 73. Minute für Sevilla den 2 zu 3 Endstand erzielte. Am Ende stemmt der FC Sevilla die silberne Trophäe zum wiederholten Mal in den Nachthimmel. Nun, dann brach aber nächstes Jahr der FK Nupro auseinander. Leistungsträger wie Konoplyanka oder Nikola verließen die Ukraine. Und der Verein stieg in der nächsten Saison kläglich ab. Schließlich wurde der Klub in den tiefsten ukrainischen Amateur-Ligen 2019 endgültig aufgelöst. Wenn euch mehr von diesen Fußballthemen gefallen haben, schaut euch gerne mal meinen TikTok-Kanal an. Da kommen öfters kleine Fußball-Videos, zum Beispiel warum ist Israel UEFA-Mitglied, die drei besten Schiedsrichter aller Zeiten oder warum ist Grönland kein UEFA- oder FIFA-Mitglied. Schaut euch das gerne mal an, lasst gerne mal ein Follow da und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao.